Warum ich die Deutsche Krebshilfe unterstütze, ist einfach, weil Krebs uns alle angeht. Ob wir das glauben oder nicht, ob wir momentan davon getroffen sind oder nicht. Es kann jeden Tag passieren und es kann jedem passieren. Und ich bin ganz ehrlich, ganz persönlich habe ich nicht mal Angst vor dem Tod, sondern Angst vor Krebs. Weil es eben sehr wahrscheinlich ist, dass ich vielleicht in meinem Leben auch davon getroffen werde. Und das ist eine Sache, die uns alle angeht. Also ich setze mich dafür ein und das sagst du auch.